Oh! Hm. Na? Ah, jetzt kann ich das gar nicht aktivieren. Ich dachte, das macht es wieder aus, aber anscheinend nicht. Doch. Ja, nein, keine Ahnung. Gut, dem kann ich nichts abnehmen. Aber die arme Seele muss man ja nicht weiter quälen, indem man sie in Feuer röstet. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass man einen Vampir da reinsteckt. Alter, ist das krass hier. Das ist groß. So, ich würde immer noch gerne... Hallo? Ich nehme mal an, der Brustkorb zählt. Ich würde mal noch gerne... Ich bin jetzt sowas von in Lords of the Fallen drin, dass ich... Ja. Zielen. Zielen wegstecken. Ab dem Menü. Perspektive. Springen, Springen, Schreien, Macht, Schleichen, Rennen. Automatisch, Favoriten, Schnellspeicher, Schnellladen, Warten, Tagebuch. Okay, es gibt keine Rolle, leider. So, weil ich habe die ganze Zeit dann so mit Rollen gearbeitet, zum Ausweichen. Und, ähm... Das, äh... Lief eigentlich ganz gut. So. So lässt sich mit... Ah, jetzt ist es auch endlich richtig. Nur war das irgendwie ein bisschen Fail. Ich habe da auf den Kopf gezielt. Was ist der denn dann? Ich habe nichts gedrückt. Ach, F war ja... Äh... Okay, ja. Hm. Y natürlich. Da könnten wir schon ein bisschen vorarbeiten. Das ist immer eigentlich entdeckt. Von wem? Oder was? Das war... Äh... Ein Kopftreffer, obwohl ich auf die Brust gezielt habe. Sehr merkwürdig. Irgendetwas muss uns... Sehen. Da! Der hat uns gesehen. Hm. Ja, dann, äh... Knochenmehl. Obwohl... Die Pfeile... Haben ja kein Gewicht. Nehmen wir dann auch mit. Ist ja dann... Oh, ich sehe schon eine Überraschung kommen. Moment... Ne... So... Links... Rechts... Das könnte ich nochmal hier raus... Oh! Was war das? Äh... Okay. Also nicht in der Mitte drauf treten. Sonst trifft ich diese schwingende... Etwas. Ah, stimmt. Schöner... Schön. Ich... Hab ja immer den Reflex jetzt mit... Also momentan den Reflex... Links zu drücken, um anzugreifen. Ist aber eigentlich das Schild demnach... Recht praktikabel, dass ich damit den Reflex angewöhnt hab. Dann verteidige ich es zuerst. Bevor ich dann eben... Äh... Eine verpasst bekomme. Eigentlich, äh... Sehr praktisch. Aha. Was? Ich hab ihm sein Schild... Ich hab ihm durch sein Schild kaputt gemacht. Jetzt würde ich doch tatsächlich gerne mal wissen... Äh... Wie viel Leben die haben? Guck mal einer an Knochenmehl. Ah, sag bloß... Die kann da nicht wieder... Nicht weiter mitkommen. Oh, was war hier? Ah, Hängemoos! Ah! Zutaten... Man muss sich ja auch noch alle behalten können. Ähm... Jetzt haben wir noch ein Problem. Der steht da irgendwie wie angewurzelt und... Ah! Sie... Hat einfach nur... Irgendwie den Kontakt zu uns verloren. So scheint es zumindest gewesen zu sein. Interessant. Sehr interessant. Äh... Guck mal, da ist einer. Der schwebt irgendwie... In der Luft. Ich glaub, der sollte uns auch angreifen. Eigentlich. Ah... Griffe zum Aktivieren. Oh... Okay... Spinnennetze... Spinnennetze... Ah... Panzerhandschuhe und ein Helm. Überreste. Oh... Nicht im Ernst, oder? Ah... Glück gehabt. Okay. So, jetzt hatte ich da dran gezogen. Jetzt wird etwas passiert. Bist du da raus? Komm her. Bevor du da eingeschlossen wirst. Und ich dann nochmal dran ziehen muss. Was? Das ging... Zügig. Was? Mhm. Es öffnet noch eine Tür. Allerdings weniger Spinnweben. Brustpanzer... Und... Eisenrüstung? Eisenrüstung. Ah... Okay, der Beutel ist da dran. So. Ah... Schön, sie geht mir aus. Dann mach ich das wieder auf. Der Griff... ...macht dann... ...was? Okay, ich denke mal... ...ja... ...das ist so ein Kombiding. Ja... ...ein... ...ein... ...geöffnetes... ...Dings... ...ja... Okay. Eingeöffnete Kammer... ...und... ...der... ...ergeben... ...ein... ...die Richtung. Wunderbar. So... ...erste Mal aus dieser verwirrenden Perspektive. Oh, das ist so... ...verwirrend... ...jedes Mal. Ist was passiert? Nehmen wir mal... ...die andere Seite. Ich weiß nicht, dass irgendwas passiert. Ah... ...das passiert nix. Ähm... ...oh doch... ...irgendwie habe ich es... ...hinge bekommen, dass... ...die... ...Tür... ...auf... ...geht. ...und... ...naja... ...manchmal hat man auch Glück. Ah... ...ja... ...Hängemaus. Wunderbar. Sag mir nicht, dass hier... ...ja... ...ja... ...wahrscheinlich war hier vorne noch irgendwie... ...hier das wahrscheinlich verschlossen. Okay, das ist eine Falle. Würde ich tippen. Großer Seelenstein. Ausdauer. Silber. Zwei Händer der Himmelsschmiede. Ah... ...ich bin schon fast überladen. Oh... ...das ist keine Falle. Hm... ...Trollschädel. Ne. Gucken wir mal einen an. Zaubertrank. Totenschädel. Totenschädel. Im Korb. Nein. Moment, da ist was drin. Genau. Den hatte ich nämlich gesehen. Ähm... Beschädigtes Buch. Die bringen ja nicht viel. Das Einbalsamierungswerkzeug. Kennen wir ja alle schon so ein bisschen. Ah, der ist leer. Okay. Der ist auch leer. Leer. Joa, das ist... Moment. Ah, die Begräbnisohle. Alles klar. Ähm... Hm. Hier sehen wir, wo wir da... ...eine Skelett... ...kaputt geschossen haben. Aber ich würde... ...trotzdem gerne nochmal... Oh... Ach, du Heiland. Okay. Ähm... Aussi... Aussi... Aussichtspunkt? Okay. Ich wei... Moment. Ich muss grad mal... Ich dachte, ich mach meine Maus mal ein bisschen... Oh, das ist viel zu langsam. Das ist vielleicht dann doch noch ein Stück... Ja, so geht's. Das ist weniger... ...verwirrend. Mal so. Ausgeschwindigkeit. Ähm... Gut. Ein- und Aus... ...Gang... Okay. Das ist keine Falle. Ich wollte schon sagen, irgendwie... ...so zusammengebundene. Das wär ja was. Ansonsten da hinten haben wir ja eigentlich alles. Deswegen bin ich ja hier rein. Na gut. Dann, ähm... Hm. Ja. Können wir ja... Wie ist das eigentlich, wenn ich renne? Oh ja. Da war ja noch ein Skelett. Das ist das, was runtergefallen ist. Nehme ich doch mal an. Au... Ach, ähm... Wenn ich jetzt hier drauf... Gehe... Ah. Griff. Und... Aha. Aha. Ein... Aufzug. Allerdings... ...müsste ich da irgendwie erstmal... ...rein... Komm, bin ich von da ganz oben runtergekommen? Das kann doch gar nicht sein. Da gibt's noch eine Ebene dazwischen und da sind auch ein Ausgang. Habe ich irgendwas verpasst? Boah, an der Karte sieht man ja... Ah, doch, es geht. Da kommt mal hoch und hier rein. Und hier ist tatsächlich ein Weg und das könnte ein Eingang sein. Hier dieser Bogen. Das könnte aber auch ganz normaler Stein sein. Aber das da oben ist definitiv ein Eingang, Ausgang oder auch nur ein Fenster. Jetzt bin ich da drüber gelaufen ohne aufzupassen. Ähm... Mach du mal. So schwer sind sie ja nicht. Äh... Das andere ist glaube ich hier oben, ne? Nein... Okay. Ja, das ist so wirklich... Das ist schon ein bisschen tricky aufgebaut. Es kann sein, dass ich irgendwo einen Weg verpasst habe. Ich wüsste jetzt aber nicht... Wann und wo. Okay, es geht noch... ...noch tiefer. Na, ich wollte ihn eigentlich durchsuchen, was ist denn hier los? Hä? Wo hängt das Ding an mir? Ah, ich glaube ich bin es los geworden. Ja, ja. So. So. Okay, das ist eine Treppe. Ich wollte schon sagen, bevor ich da runter stürze... würde ich dann gerne nochmal... Aber alles okay. Mhm. Das ist die Kammer... mit dem Folterkram. Oh, ist eine große Kunde. Magiker. Okay. Ähm... Stimmt. Ganz vergessen, dass das hier... Habe ich gerade... Caps Lock? Moment. Nein. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Wieso kann ich mich denn jetzt nicht mehr schnell bewegen? Äh... Ne... Wo war denn? Oh. Hm. Da ist die Erklärung. Äh... 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 Ja. Äh... Äh... Ähm... So. Irgendwas haben wir doch... Bestimmt... Das ist jetzt doof. Weil Gruffs... Zweihänder... Ja, gut. Der Wert ist natürlich... schon... Ähm... 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 20 Punkte Blitzschaden und 10... Magie... Spitzhacke... Öh... Ist jetzt echt doof. Also... Ne... Äh... Fallen lassen... Bruchstück von mir... Das klingt... Aber die brauche ich ja... Die Tür brauche ich einfach... Schläge... Ah... Hier unten geht es weiter... Ähm... Lehm brauche ich... Meridias Stein... Hä? Ja... Oder ist das nur... Einfach nur der... Bezeichnung für die Form? Reins... Trommel... Schloss... Stroh... Wolfsbess... Moment... Jetzt kann ich mich wieder bewegen? Nur weil ich zwei Sachen abgelegt habe? Oh... Guck mal... Das Gold... Den haben sie wahrscheinlich... Einfach zerlegt... Starke Ausdauer... Ja gut... Ich könnte irgendwie... Was... Essen... Oder was trinken... Was dann leichter macht... Aber... Das wird mir ja nichts... Bringen... In dem Sinn... Weil ich ja einfach schon volles Leben habe... Gut... Das war jetzt die Erinnerung daran... Dass hier irgendwo Vampire unterwegs sind... Guck mal an... Dietrich... Zaubertrank... Zaubertrank... Halskette... Oh... Bis Stufe 7... Oh... Das Gewicht ist aber viel zu hoch... Das ist so ärgerlich... Das ist so ärgerlich... Das ist so ärgerlich... Den kann man bestimmt gut verkaufen... So... Zerstörer waren die Sachen hier ja auch nicht... Ähm... Vielleicht ist das ja... Öffnen Himmelsrand... Das ist gut... Aber die Frage ist... Wo sind wir hier? Nördliches Bolwe entdeckt... Tür... Pferdchen... Im Herz... Ah... Sohn Mist... Ähm... Das ist wirklich nicht glücklich... Oder? Moment... Da war ja was... Das... Äh... Ne... Äh... Mist... Dass man den gegen den Kohl rüberhauen muss... Und das... Ist das mein Pferd? War mein Pferd nicht... Wo ist der Drache? Oh... Tja... Wieso ist der denn da unten? Wo ist der da? Ist der Drache... Okay... Das ist nicht gut... Und... Er steigt wieder auf...